so hallo und herzlich willkommen zu mountainblade napoleonic wars und zwar zu erstmal dem training vor einem der größten line battle meiner youtube geschichte gegen das ehemalige regimen von general pilofas und das kgl da wird jetzt hier dann das wird es ein 2 vs 2 geben und jetzt gibt es erstmal ein training und ich gehe zurück hier ich bin wieder da ja hallo ist die trainings map jetzt drauf also einfach schoben nach links oder ich drauf wird sich gleich zeigen ja dann lasse ich dann egal dann mache ich jetzt eine andere das ist gar nicht schlimm okay so wenn die map geladen ist nehmen wir preußen und eben das freikor bitte rascheln einstellen oder sich dafür muten wir nehmen laut preußen und das freikor bitte so ihr macht eine linie vor mir äh nein chat nachher spielen wir nicht auf unserem server den auf dem server des file air die andere noch eine map downloaden oder ja 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 das ist auch komisch Das ist eigentlich ein Standard-Mapper. Wollte ich auch kosten. Er ist bestimmt irgendwo ein Apfel, das weiß ich schon. Genau, nur deswegen. Äh, Freikorps oder Landwehr? Freikor. Hallo, Server steht oben. Jo. In attendance heute. Perfekt. Seid ihr? In Regen. Ich hab die falsche Truppe genommen. Also, Thunderstruck, sollen wir dich jetzt schon tauschen? Dass ich jetzt schon vorne stehe und du hinten. Sonst müssen wir nachher tauschen. Wachen wir. Für Land Freikorps nehmen. Freikorps, ja, ja, ich komm schon. Und jetzt bitte zuhören. Kommt, kommt, kommt. Und Second Day ist droppen, danke. Und Peter ist es auch. Aktiv. Willst mich noch nicht ein fünftes Mal wiederholen. Vorwärts Marsch. Was ist eingegliedert, Martin? Oh, warum sind denn alle so? Leute gespawnt. Wer einen Teleport braucht, wer noch weiter weg ist, bitte einmal einen Punkt in den Chat schreiben. Wird dann gleich teleportet. Links gestaffelt. Unter mir eingliedern. Rechts gestaffelt. Abbrechen, eingegliedert. Links gestaffelt. Auf meine Links halt anlegen. Schützenfeuer von rechts nach links. Jetzt ausführen. Plus halt, rechts zum Marsch. Laufen, laufen. Hinten bricht nach links, bitte. Nach links wegbrechen. Eingliedern. Eingliedern. Bereit machen zum Kehrtmarsch. Kehrtmarsch. Auf Thundersworks links gestaffelt. Auf Thundersworks links halt. Kehrt. Reißfeuer. Schuss halten. Zu mir drehen. Ich bin auf der anderen Seite liegen hier. So, okay. Gerade gab es ein bisschen Verwirrung. Das Kehrt hat sich dann darauf bezogen auf die Leute, die in der Linie stehen. Schleser bitte zu mir gucken. Marsch. Hinten bricht nach rechts aus. Linie kommst. Mach in die Linie straven. Und eingliedern. Perfekt. Das ist gleich im 1-2-1 wichtig. Links gestaffelt. Abbrechen. Kehrtmarsch. Kehrtmarsch. Kommande links halt. Reißfeuer. Abbrechen. Rechts um Marsch. Bereit machen. Kehrtmarsch. 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 Halt. Rechts um. Anlegen. Ablegen. Rechts um Marsch. Hinter Thunderstruck. Ja, los, 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 los. Hinten bricht nach rechts. Eingegliedert. Hinter Thunderstruck weiter. Auf Thundersworks. Hinter Thunderstruck Halt. Links um. Freißfeuer. Schuss halten. Links um. Kehrtmarsch. Los, los, los. Perfekt. Klappt doch. Und das Ganze nochmal auf meine links gestaffelt. Auf meine links halt. Freißfeuer. Auf meine links gestaffelt vorwärts Marsch. Rechts um hinter mir eingliedern. troству. Rechts um Marsch. 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 Eben BETlers Nach Market. Eben laufen auf meine rechts gestaffelt. Ritaue glowing Sedotaat und Flegen Attendstruck. Mukt�라ên sin Monat. ich würde mal behaupten das hat super geklappt so die kommandoseite wechselt wieder auf meine seite also dann zu mir drehen zum nachladen bitte und nach dem nachladen drehen wir uns wohin lokalos ausgangsposition sprich genau gustav in die richtung wo gustav glieder dich mal bitte hier in den lokalos ein du wachst ein bisschen um so gleich im zwei versus zwei wird bitte darauf geachtet dass kein officer im gemacht wird auch wenn der offizier eine muskete hat ja falls officer im passiert ist nicht schlimm ihr werdet nicht gesagt oder irgendwas der wird wie weißt aber bitte nicht darauf anlegen als es dann noch irgendwann mal vorkommt gibt es dann auch einen slay ja schon sie darf das auch aufnehmen sonst noch irgendwas gleich zu den besonderen regeln glaube ich nicht es gibt ich bin gleich mit 14 mann plus eins das plus einsteht begliedert sich damit ein anfahren als nicht daran danke bitte luken schließen es gibt gleich noch ein medic also sprich wir spielen mit insgesamt 15 mann ja der medic wird dann gleich auch noch auf dem feld ausgewählt sonst noch was für die leute die nicht direkt an der ersten runde teilnehmen es wird nach wahrscheinlich jeder runde geswitcht ja falls jemand noch nicht dran war bitte dann hier über steam schreiben wer dann auch unbedingt spielen möchte dann wechsel ich dann auch nach dieser runde dann ein also bitte daran denken sonst soweit würde ich noch mal ganz gewiss euch bitten die linien so in der mitte noch mal zu schließen ihr seht das nicht mit glücke drin und schön screenshot machen kann da in der mitte direkt vor mir ehrengurke oder ja genau agados ja noch links bitte aufschließen kommt nach links noch keiner danke 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 das ganze regiment legt an salut 45 grad bitte da wer schießt denn da schon ablegen kurz bitte zum anlegen heißt einfach nur werthöhe hier ist der feuerbefehl kommt feuer perfekt dankeschön jetzt schalte ich noch mal ganz kurz auf die uhr gucken okay ich schalte jetzt noch mal auf die group fighting map um und dann können wir uns noch ein bisschen einspielen im nahkampf ich würde doch bitte darauf verweisen dass auf die play geachtet wird und ja bitte auf autos sein klicken auch hier bitte noch mehr beachtet ist mit dem dass er hinten ausbricht wenn man so eine lange große auf der linie stehen bleiben bitte auf der linie stehen bleiben sorry sander sollte ich unterbrochen habe ok momon bitte nicht treten schizo leonard danke dem hey ich hab grad was gesagt und charge gibt jetzt keine commandos dazu ganz normal group fighting versucht zu doppeln achtet auf teamplay sucht eure gelegenheiten kurzer afk versucht trotz überzahl oder unterzahl die nahkampflinie halbwegs zu halten hinter dem anderen äh felser thunder kommt ihr gleich noch mal kurz in entscheidung bevor wir anfangen ja klar nur was organisatorisches doppeln leute schieße aufpassen sehr schön weißt du auch schieße dann felser jawohl die rechte seite die war komplett gut durch und die linke seite war ausgerunter geworden ja weil links nur drei leute gehalten haben ja das war halt der stärker noch mehr glaube ich wie gesagt das ist jetzt einfach noch ein bisschen schnitzeln wärmt euch auf charge let's go uk versucht mal bitte über rechts zu pushen danke links zurück preußen auf ach 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 mhm ach 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 nicht schlimm einfach weiter kämpfen cesar ach 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 Dann gibt es auch Selbstcommands, ja? 1-1 So, Thunder's work, Luka, anders, ich move mich dann kurz Kann noch einer nach links prüfen? Nochmal kurz auf die Linie, Jitsu, alle zurück auf die Linie bitte, Jitsu zurück, bitte Auch mit dem Troll da vorne, zurück Und go Rechts, UK, links zurück Rechts pushen, Preußen Wir versuchen Aufpassen auf Teamkills Genau Stoppeln da hinten Oh, wow Jitsu bitte nach links, Jitsu bitte nach links gehen und Leonard auch bitte nach links, ja? Und Arkados kannst hier mehr nach rechts gehen Hallo, ready? Dann Tobi? Ja Machst du Preußen? Über rechts, UK Ja, Preußen rechts nach vorne, links zurück Heiko war Was haben wir die? Oh, ich habe zwei Bezüge für eine Stunde dauern und dann ist noch Public LB Voll weggeschissen Oder LB Bist du mal mal? rechts war einfach zu schnell durch und links für die welle gekommen wieso preußen diese runde links weiter aufschließen und darauf achten bitte heute geht doch nicht ganz nach links und bringt doch nicht preußen auf meine rechts weiter aufschließen aufrücken von rechts an links verbindung zum surfer unterbrochen ok vizu näher kommen leonard näher kommen so abwand komm ok let's go charge das links durch preußen übernicht kommst du noch mal auf rechts kommen bitte rechts zurück im backstep aus dem preußen schade next step er zu summon keine einzelkämpfe datten kann man rüber user was moved out of your channel user left your channel schade aber nice hat war ich jetzt so eigentlich war ich auch wieder das gekommen dass man durch den block schlagen konnte weil schatten hat bei mir durchgeschlagen schade 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 Kurz vor. Jo. Klaffen. Gleich, go. Außen wieder gleich über links, rechts zurück. So, gleich noch mal kurz eine kleine Info zum Medic. Der gleich gespielt wird, der darf an der Muskete aufheben. Also, falls jemand gleich interesser hat, Medic zu spielen, bitte mich. Ja, ich muss da schreiben. Der Mann am Feuer. Einmal reich, danke. Okay, welches Team soll ich denn gehen? Die UK am besten. Egal welche Einheit, oder? Äh, bitte Infanterie. Aber irgendwelche einfach. Irgendwelche bitte, ja. Hauptsache nicht, gar nichts. Jo. So. Und direkt go. Los. Kommt. Ehringuck, lass dir durch. Backstabber Preußen, Achtung. Ah, zu spät. Oh Mann, Felser. Ich hatte so ein schönes Duell. Das heißt, als ob das... Das ist einfach. So, dann würde ich sagen, beende ich hier mal die Aufnahme für das Training und dann in der nächsten Folge geht's dann mit dem Line Battle, mit dem großen Line Battle los. Okay, perfekt. So.